Rund 300 Millionen Franken kostet der Um- und Neubau der Reha-Klinik Bellicondi Suva. Das umfangreiche Bauvorhaben bescherte der Simeta AG einen Großauftrag. Dieser beinhaltete nicht nur die Herstellung und Montage aller Gastronomieeinrichtungen für die neue Großküche und die neuen Restaurants, sondern auch die Organisation von diversen Küchen- und Restaurantprovisorien für einen reibungslosen Ablauf. Die alte Küche wurde 2014 zurückgebaut. Die neue konnte im April 2016 eröffnet werden. Während dieser Übergangsphase hatte die Sicherstellung der Verpflegung von Patienten, Gästen und Mitarbeitenden erste Priorität. Die Lösung war ein Provisorium auf dem Vorplatz des Klinikareals. Die Küchenbrigade arbeitete in zehn Küchencontainern auf 360 Quadratmetern. Das Restaurant fand in einem 700 Quadratmeter großen Gastrozeltplatz. Die Simeta AG organisierte die Provisorien mit einem Mix aus alten Geräten der Reha-Klinik Bellicondi mit neun Einrichtungen der zukünftigen Küche, mit Mietmöbeln und mit gemieteten Küchencontainern. Der enorme Aufwand hat sich gelohnt. Die Gäste fühlten sich trotz Um- und Neubau wohl. Zudem waren die Provisorien ideal für den Testbetrieb der Konzepte für die neuen Restaurants sowie die Mitarbeiter-Lounge. Die Firma Simeta setzt das um, was man abmacht und genau arbeiten. Sie sind auch bereit, das habe ich auch gemerkt, während dem Einbau der neuen Küche, dass man noch kleine Änderungen angeben kann, die wohl geplant waren. Aber man hat dann gesehen, dass man etwas anderes machen möchte oder dass das noch schleuer wäre, als das, was man ein paar Jahre vorher schon geplant hat. Und dann sind sie offen und umsetzen, wie es geht. Ich finde, die Firma Simeta ist sehr professionell, hat sehr gute Mitarbeiter und produziert natürlich qualitativ hochwertige Sachen. Krummstahl ist halt einfach ein schönes Material und jeder Küchechef hat natürlich Freude, wenn er so viel mehr möglichen Krummstahl in der Küche hat. Vier mit Kettenvorhängen verschliessbare Foodinseln baute die Simeta AG für das Selbstbedienungsrestaurant Mercato. Durch die vier Ausgabestellen verteilen sich die Gäste besser, fahrbare Kühlschränke und Kassen sorgen für noch mehr Flexibilität. Im gediegenen Abalone können die Gäste zusehen, wie ihre Gerichte in der Showküche kreiert werden. Vorbereitet wird alles in der Hauptküche mit Edelstahltrennwänden für eine noch höhere Hygiene. Eine weitere Anlage, welche die Kompetenz und die Stärke der Simeta AG deutlich unterstreicht. Und das nicht nur in der Organisation und Montage hochwertiger Chrom-Nickel-Stahleinrichtungen, sondern auch als kompetenter und lösungsorientierter Berater und Partner bei der reibungslosen Realisation eines Großauftrages. Simeta Immer eine Idee weiter